Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play 4.2 Project Origin. Drücken, Leertaste, um fortzufahren. Schauen wir es uns doch mal an. Ich spiele dieses Spiel auf jeden Fall blind. Ich weiß überhaupt nichts davon, wirklich null. Ich habe damals mal einen Test gesehen davon, wo es rauskam, 2009 glaube ich. Und das habe ich auch komplett vergessen, was da war. Also im Gegensatz zu 4.1, wo es noch 90% blind war, ist das jetzt 100% blind. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber wussten wir nicht lange rum. Fangen wir mal ein neues Spiel an. Einzelspiele. Kampagne. Es gibt eine 4.2 Kampagne und eine Phoenix Kampagne. Ich habe mich jetzt gefragt, was das ist. Ich habe die ganz kurz angespielt gehabt, um meine Soundeinstellungen zu testen. Um zu gucken, ob das Spiel jetzt zu laut ist oder ich. Ist auch gut, dass ich das gemacht habe, weil da gab es einige Probleme. Und da möchte ich mal nichts vorwegnehmen. Vielleicht spielen wir das auch noch, wenn wir mit 4 fertig sind. Aber wir starten mal mit 4.2. Machen wir... Schwierigkeitsgrad normal, oder? Ja, machen wir einen normalen Schwierigkeitsgrad, das passt schon. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Äh... Natürlich, ich habe doch kein voriges Spiel. Kann ich irgendwo fortsetzen? Ich meine, ich habe... Das Einziges, was ich jetzt angespielt habe, war die Phoenix Kampagne. Naja, egal. Machen wir einfach mal ja. Das Spiel wird schon wissen, was es tut. Sie wurden von einem Posten abgezogen, um an einer Spezialmission im Gewerbebezirk Auburn teilzunehmen. Ihre neuen Befehle lauten, in den privaten Wohnbereich von Genevieve RST... Achso, Genevieve RST, die kennen wir aus dem ersten Teil. Von der Armecam Technology Corporation vorzudringen und sie in Sicherheitsverwahrung zu nehmen. Sie wird ihnen Anweisungen geben, wohin sie zu bringen ist. Hm. Also sollen wir sie festnehmen, diese Genevieve RST, die... Mit... Hauptverantwortlich für den ganzen Scheißdreck ist, der da passiert ist. Interessant. Bitte den Computer nicht abschalten. Verdammt, wenn ihr mich nicht gewarnt hättet. Wenn ihr mich nicht gewarnt hättet. Oh, ich hätte es auf der Stelle getan. Warner Bros. Interactive Entertainment Presents. Ein Monolith Productions Game. Ah ja, Monolith. Wo Monolith noch viel entwickelt hat, war doch alles noch toll. Ich habe über den dritten Teil nichts Gutes gehört. Wenn ich das sagen darf, aber der zweite soll es super sein. Wie der erste. 4, 2. Ah, es fängt gleich mit Alma an. Kannst denn besser kommen. Ähm, ich darf mich bewegen. Ah, toll. Abschnitt 1. Vorwarnung. Ah, das erinnert mich jetzt aus... Das Bild aus... Extraction Point, wo die komplette zerstörte Stadt gezeigt wurde. Hä? Das könnte schon hinkommen. Alma! Ah, oh. Oh, derbelicht Verhältnisse. Also derbel schlecht. Und dann wird er... Alma, bleib doch stehen. Er hat mir den Teddy geklaut, habt ihr jetzt gesehen. Das war mein Teddy. Okay. Also allgemeine Fragen. Wer bin ich? Was mache ich hier? Und wieso renne ich Alma hinterher? Und wieso laufe ich jetzt in irgendetwas Glühendes hinein? Ach so. Ja, das passiert auch jeden Tag. Oha! Alter! Deck mich doch. Ja. Ich werde dich zu sehen, mein Lieber. Send dich, Red. Beckett, ich muss deinen Visor kapitulieren. Gut, fertig. Boah, keine falsche Bewegung. Ich schlag jetzt gleich um mich. Was macht ihr denn von der Aristide, Tussi? Keine Ahnung. Wir stellen keine Fragen, Red. Wir gehören. Stokes, sag uns, was du weißt. Unsere Zielperson ist Genetive Aristide, Präsidentin der Armikam Technology Corporation. Sie ist offenbar in ihrem Penthouse gefangen. Wir sollen das Haus sichern und sie in Gebahrsam nehmen. Sicher und in Gebahrsam. Nichts zerstören, auch wenn sie sich wehrt. Und wir müssen durchaus mit Widerstand rechnen. Sie hat offenbar mit dem Blutbad in der Armikam-Einrichtung zu. Ich sagte, keine Fragen. Sie ist ein wichtiges Ziel und wir sollen sie einkassieren. Also werden wir das tun. Streng nach Leerfunk und ohne Metzchen. Bleib locker, Top. Was kann die Geschäftsfauscher und Torl eine böse SMS schreiben? Oh, davor habe ich Angst. Centcom glaubt, der Aufsichtsrat von Armikam möchte seine Spuren verwischen. Und dazu könnte gehören, alles Kieb auszuschalten. Hm. Oh, gut. Darf ich aufstehen? Bitte? Achso, ich bleib da drin. Der Auftrag lautet, er hat sie zu finden, nicht zu töten. Scheißdreck, Mann. Was ist an der so wichtig? Sollen das doch die Bullen machen. Sei froh, dass wir nicht in die Armikam-Zentrale müssen. Die Aufklärungsgruppe dort hat es in Stücke gerissen. Der Laden ist außer Kontrolle. Hm. Okay, wir sind anscheinend... Na gut, das habe ich auch auf der Verpackung des Spiels gelesen. Wir sind nicht mehr der Point Man. Wir sind irgendein Spezialeinsatz-Kommando. Nicht wahr, Jankowski? So. PDA aufrufen. Nehmen Sie Geneviro Aristie in Sicherheitsverwahrung. Treffen Sie Ihr Team in der Lobby des Gebäudes. Okay, das kann schon schief gehen. Also es wird doch bestimmt ein kurzer Rein-Hauseinsatz. Also wenn da... Boah, die Effekte sind aber geil, muss ich sagen. Wasser auf dem Visor. Bletscher, Bletscher, Bletscher. So. Boah. Boah. Orientierung. So. Hm. Aha. Die Türen sind verrammelt. Wir sollten einen anderen Weg suchen. Verdammt. Scharfsinnig. Dann gehen wir doch woanders lang. Warum muss ich eigentlich vorgehen? Heulsuse, hast du Angst? Hast du Angst? So. Öffnen. So, einmal ein Zimmer für zwei Personen, bitte. Hausmeister auf dem Klo erschossen. Heilige Scheiße. Was für Schweine. Ich würde gern einen super starken Latte Macchiato mit weißer Schokolade. Herzlichen Dank, dass du mir meinen Witz geklaut hast. Arsch. Meine mit dem Hotelzimmer war besser. So. Hast es. Das sind aber viele Stufen. Willst du mich verarschen? Sag mal. Was bist du für eine Heulsuse? Du bist hier in einer Spezialein... Ich glaube, das Tor ist zu, Junge. Du willst doch nicht wirklich die Stufen hochlaufen, oder? Was ist mit der Tür? Ich kann dich jetzt schon nicht leiden und ich kenne dich gar nicht lange. Das muss man erstmal hinkriegen. Das ist schon eine gewaltige Leistung. Und welche Tür? Hey. Cool. Ich kann über Gelände springen. Du willst nicht mitkommen? Ah, gut. Taschenlampe. Und hält die diesmal länger? Ey, die hält diesmal wahrscheinlich ewig. Also nicht mehr diese... Fünf-Sekunden-Aldi-Taschenlampe, die wir im Teil 1 hatten. Sehr schön. Oh, ja. Oh. Du... Kleines... Ja, jetzt läufst du weg, hä? Kleine Sackrate, du. Der geht mir echt auf die Nerven. Jetzt ist es schon soweit. Ich hoffe, du wirst zum Skelett. Wenn es dir hier gefällt, dann kannst du dir ruhig übernachten. Also ich habe da keine Probleme mit. So rein objektiv gesehen. Hinterzimmer klar. Da ist ein Privataufzug zu Aristides Penthouse. Aber offenbar ist er blockiert. Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken. Oder geht er lieber zu Fuß? Vergiss es. Da ist er fast verblutet. Ja, fast. Hol ein Schuss in die Arterie. Die Arterie? Meinst du die Arterie Subclavio oder die Carottes? Jemanden wegen seinem Wissen zu foppen, ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wir müssen Aristide finden. Jetzt. Richtig. Fox, sichere den Eingang. Red, du die Treppe. Der Rest kommt mit mir. Die Treppe? Was soll das, Top? Das sind ewig viele Stufen. Oh Gott. Viel Spaß damit. Nicht schon. Keegan, was ist los? Was zum Teufel? Mist. Du Hurensohn. Oh, wer schubst mich da? Er blutet. Verdammt. Ich stütze ihn. Stokes, Beckett, weiter. Die Wester hat viele Kugeln abgefangen, aber eine ging durch. Wer bist du? Hi. Wie geht's? Auch hier? Ist das ein Replika? Ich weiß es nicht. Hm. Bist du okay, Kigen? Ich glaube, sie haben meine Arterie getroffen. Mann, lass es gut sein. Oh Gott, ey. Du hast einen Blick, was? In Ordnung, Beckett. Wir sind nur zu zwei. Pass auf, ich zähle auf dich. Alles klar. Drei, zwei, eins. Menschliches Schutzschild aktivieren. Wir brauchen die Regen oder der Monus im Hinblick. Abknallen. Verstärkung. Sofort hierher mit euch. Okay, zwei weg. Alle mal hören. Wir haben hier ein Problem und ich mag sowas nicht. Aha. Alles klar. Und dann hat dieser Chopper. Ich will die Unterstützung auch hier haben. Dieser Chopper. Die haben Hubschrauber nicht komplett übersetzt. Wo bleibt der Chopper? Das ist auch cool. Godzilla. Haha, ihr kennt mich nicht. Hier habe ich mich noch nicht nachgesehen. Prima, Beckett. Dankeschön. Und? Wie war ich? Ihr geht hier durch. Ich suche den anderen Eingang. Na gut. Was heißt da ihr? Ich bin alleine. Ist noch jemand neben mir? Prats, wo steckst du? Träten steigen. Oh Gott. Das tut mir echt leid. Von ganzem Herzen leid. Ach nee. Hinweis aufnehmen. Hm. Von Northamapes. Mrs. Aristi. Bin jetzt bei der Kammer. Schlechte Nachrichten. Ich glaube, Harlan plant einmal freizulassen. Hä? Ich glaube, Harlan plant einmal freizulassen? Äh. Okay. Ich setze Plan B um. Wenn Sie es angeordnet hatten. Bereiten Sie sich auf. Schwere Anhaltsschmerzen vor. Ah, den großen Knall vor. Aktualisieren Sie ihn noch heute. Aktualisieren Sie Ihren noch heute. Ich habe heute wieder diese typischen Lesestörungen. Ah, Messschwein. So. Ah, hübsches Fenster. Dom, do, dom, do, dom, dom, dom. Warum? Okay. Ich würde sagen, der Helikopter mag uns nicht. Wah. Rennen. Puh. Haben wir eigentlich auch eine Zeitlupe? Äh. Nö, anscheinend noch nicht. Äh. Eigentlich hat er nur der Point Man eine Zeitlupe. Ich frage mich. Hat mich, das hat mich schon bei vier, äh, Persisment Date gestört. Dass irgendein 0815-Soldat auch eine Zeitlupe hat. Herr Schöner, der Varystid. Hören Sie mich. Vereilen Sie sich. Das Haus wird angegriffen. Oh nein. Das sind Colonel Vanix, Leute. Das ist der perverse Killer, der für den Aufsichtsrat die Drecksarbeit macht. Finden Sie mich. Bin ich tot. Nö, wir haben ein Auftrag, dich leben zu finden. Also muss das nicht unbedingt heißen, dass du tot bist, wenn wir dich finden. Es sei denn, sie meinten nicht klinisch tot, sondern... Ja. Dann vielleicht schon. Och, hier ist es dunkel. Ich mag dunkel nicht. Und was ist das überhaupt? Eine Statue. Puh. Boah. Hier gibt es jetzt wieder dieses Geflimmer. Granaten. Hallo. Granata. Ne? Wer will das Vögelchen? Wer will ein Bum-Bum? Wer will ein Bum-Bum? So. So. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich halte heute meinen Vortrag über die Vasen der RST. Ich hoffe, Ihnen gefällt die Ware und schießen Sie nicht die Vitrinen zusammen. Ich glaube es ist hart. Boah. So, wo war ich stehen geblieben? Also, diese Vase wurde im Jahr 1908 handgeblasen. Äh, Entschuldigung, das ist eine Porzellan-Vase. Wie kann man die Hand blasen? Halten Sie es mal, das ist mein Vortrag. Bam. Noch irgendwelche Fragen? Sehr gut. Also, das ist ein Bum-Bum-Bum-Bum-Bum.